Willkommen zu Hoxless Places with Revelations. Ich spreche jetzt mit Yusuf Mahmada. Natürlich, der Blick von Galata. Er ist nun stolzer Besitzer einer Osmanischen Hakenklinge und braucht etwas Training, um diese Waffe zu beherrschen. Yusuf ist überglücklich, mit ihm diesen Training bieten zu können. Lieses Training. Was ist das? Habt ihr Spaß? Naja. Oh, ich bin wieder... Äh, kurzer Wanderhugle dann. Juhu. Genauso. Lass die Hakenklinge die Arbeit machen. Äh, da oben. Äh, was ist sogar auf mich auch wie süß? Ist die Böhle! Hängt euch richtig rein! Mach ich doch, Mann. Also da will ich nicht runterfallen. Oh! Oh! Willkommen in Konstantin-Jelzio, dem Schmelztiegel der Welt. Zahlose Generationen beherrschten diese Stadt. Doch keiner untermerf sie. Sie erholt sich immer wieder. Sie scheint ein gutes Zuhause zu sein. Das stimmt. Machen wir ein Rennen? Oh, das ist ein Kulesier. Wow! Oh, die ist das V. Bora. Ja. Er ist eh umschaltet V. Boah, Alter. Schaut ihr euch nochmal. Ich bin beeindruckt, Yusuf. Das würde den Brüdern in Rom gefallen. Lobt nur, wenn es angebracht ist. Yusuf, Chabukpur reagieren. Hä? Angriff von zwei Seiten. Galata und großer Bazaar. Jeden Tag dieselbe Müsa. Habt ihr Appetit auf ein Geplänkel? Ich tue, was ich tun muss. Guter Mann. Fortgeschaltene Taktiken. Yusuf hat die Meinung gehalten, dass die Tamta gleichzeitig zwei verschiedene Achseidenfeisten angreifen, folgen sie Yusuf, während er einen Plan spielt. Ah! Ah. 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 Wenn der Laufens müde schwingt sich der Assassine in die Lüfte. Passt auf! Wenn es jetzt nicht mehr... Oh, da wartet man! Pfff! Mellow! Oh! Nein! Soritas! Nein, doch! Dank euch! Muss ich das nicht! Hi, der Rascale! Oh, das Klo! Oh, da ist ein Zeil! Möjuh! Wie der Weg einfacher ist, wenn man Zeiler hat! Oh, mein Gott, eine Aussicht kommt! So! Guck mal, wie schick das aussieht! Ey, oh! So! Nein! Ey, versteht das, Alter? Oh, man, das ist ein paar Kalt! Ja! Bune Bueck, Sheriff Ooster! Ist Yusuf bei euch? Ein Angriff in der Stadt erfordert sein Eingreifen! Wie ist unsere Lage? Wir schlugen die Vorhut zurück, doch sie werden sicher mehr Truppen senden! Sind eure Männer schon wieder kampfbereit? Jetzt sind sie's! In der Defensive, die Templar bereiten einen Eingriff auf die Galata-Feste des Assessin vor! Führen sie ihre Assessin-Bruder bei der Wetterdruckung an! Äh! Schrei! Oh, nein! Oh, und was da war, da ist wieder? Doch nicht. Och, die Musik wird ja so ultra geil. Aber von der Stimmung zu töten, was ist das? Kontinente Steuerung, danke schön. Spätete, ja, kann man hin? Aha. Sicher diese Stellung. Was, steht jemand? Dann kann niemand immer nach... Aha. Dann kann niemand, aha. Kommt ihr nicht mehr hin? Alter, bin ich so blöd, oder was? Pfff. Ah, jetzt tut es. Hier, kannst du doch krass noch jemand hin? Hm. Verteil dich das Gebiet. Hm. Kann eigentlich sagen, dass es hier noch aller hinterlässt. Ich hoffe, dass er da hingeht, oder so, aber... Hm. Platziert euch dort. Platziert euch dort. Wartet dort. Wartet dort. Mach mal hier rein. Mach mal hier keiner hin, Alter. Und da unten am besten... auch zwei. oder? Da auch. Barrikada, Juhu. Ich bin doch gar nicht in den Platz, äh. So, das sollte erstmal passen. Hier sind zwei, da kann er auch noch einer hin, wo noch nicht. Ich bin doch gar nicht in den Platz. Ich bin doch gar nicht in den Platz. Da. Und. So, manchmal wäre es für dich ja mehr. Ich mache schon mal eine Barrikade hier, wenn es geht. So, ist gut. So. So. Kommen wir noch an. So. Ich habe es nicht mehr gesehen. Ich habe es nicht mehr gesehen. sterbt she's da Kommen wir noch mehr? Schaut so aus, ja. Guck, noch mal ein paar hier. Oh, das ist ja alles. Ihr müsst diese Stellung halten. Sichert diese Stellung. Platziert euch dort. Wieso? Alter Fall, da kommt ja immer mehr an. Verteidigt das für mich. Platziert euch dort. Wartet dort. Ich bin ja dabei. Kann ich das? Was? Oh, das mal da hinten geht. Haha. Okay. Nein, ich kann dich da mal einnehmen. Ähm. Jo. So. Sichert diese Stellung. Ja, getroffen. 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 Ja. Ja. das ist schon sehr feste zwei übrige moral flimmeln. 3 mal 8 Minuten. Ah, genau 78. Wuhuu, ich bin so gut. Belohnung 100 Geld. GP für eure Kruppen. 800 Beutel, Schwefel 3 mal, Datora, Puder 2 mal, Kohlenstoff 2 mal, und Portischesspulver 2 mal, äh 3 mal. Luftattentäter. Faustkampf. Hier kommt, warte. Joa, aber wir machen erst im nächsten Paar wieder weiter, weil wir schon mal 1,30 Minuten sind. Also, heute warte, tschau.